Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder ein kurzes Informationsvideo zu F1 2022. Anfang März gab es die ersten Gerüchte zum neuen F1. Heute habe ich weitere Infos für euch zum neuen Spiel. Die folgenden Gerüchte kommen wieder von Tom Henderson. Link zum Artikel in der Videobeschreibung. Das letzte Update-Video könnt ihr oben rechts sehen. Die Supercars, die in F1 2022 kommen sollten, werden zwar drin sein, aber sie werden keinen Multiplayer-Aspekt haben und bekommen eine kleine interne Verzögerung. Man kann sie nur im Zeitfahren und in der Karriere fahren. Der Grund für diese späte Änderung ist, dass das Formula One Management darum gebeten hat, dass die Supercars nicht mehr im Spiel enthalten sind. Die Formel 1-Community hatte die Supercars kritisiert. Crossplay wird wie erwähnt dabei sein, kommt aber erst später im Game. Der Russland-Compré wird gestrichen und sowohl die Strecken von Portugal als auch China werden als Rennstrecken zur Verfügung stehen. Am Gameplay selber werden nur wenige Änderungen vorgenommen. Diese aufgelisteten Dinge werden nicht gegenüber F1 2021 verändert. Der Story-Modus wird wegen F1 Live-Player-Hub gestrichen, VR-Unterstützung ist weiterhin geplant. Der Juli ist immer noch der wahrscheinlichste Monat für den Release. Das ist alles, was ich dann jetzt für euch herausfinden konnte. Wenn es weiteres gibt, dann lasse ich euch das wissen.